Ich muss sagen, ich mache halt nicht so viele Videos in der Zeit und das will ich nicht. Wohin? Der lila Teammate kommt nicht mit. Ich finde es geil, Alter, einfach, dass wir es noch aufgenommen haben. Und sonst nehmen wir es nie auf, ne? Ich denke, wir haben den Sieg geklebt. Ich mache wieder Video. Jo, Leute, was geht's für kurz ein neues Video? Scheiße. Wir spielen den neuen Modus, haben gerade einen Sieg geholt, glücklicherweise auch aufgenommen. Nick, er ist einfach direkt geschnitten. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, verlass ich nicht. Ich auch nicht. Also generell bei T-Mails die guten würde ich nicht verlassen. Aber eigentlich habe ich mir ein gutes Gefühl. Ich backe mich gerade ein bisschen zurück. Digga, ich backe mich gerade ein bisschen zurück. Digger, ich backe mich gerade ein bisschen zurück. Haken für Ballon, das ist geil. Nein. Ich habe nur blaue Waffeln. Und ein Hangelwitz. In meiner Box ist es gerade ein bisschen behindert. Ich habe nur mit dem Mann. Nein. Guck, ob ein Flugzeug da ist. Ich gucke, ob ein Auto da ist. Ich gucke, ob ein Auto da ist. Warte. Ja, kommst du schon mal. Guck mal. Manche Fragen, warum ich jetzt neue Settings habe. Ich habe mich unentschieden. Also es kommt dann nochmals schon wieder sowas. Wie soll ich... Also ich zeig dann wieder meine Settings. Leute. Ja, warte. Darf ich was? Mach. Warte. Wenn du willst, kann ich die zwei Minis gehen. Warte. Auf jeden Fall sage ich nur, heute wird der Modus gesuchtet, oder? Ja. Bisschen Windstrick holen, ey. Vor allem, da hat Täter Schuss getroffen, ne? Aber ich fand das so lustig, ne? Ich, äh... Und ich habe einfach einen Händen, ein Händen, sie gegeben. Vor allem, ne? Meine ist einfach eine White Train, ne? Deine ist sozusagen so ein Pile, ne? Und du triffst einfach so eine Schütze. Das geht sogar nicht. Das war jetzt mein, äh... Vierter Sieg im Team mit Randoms. Meiner... Meiner ist weiter fünfte. Junge, ich wollte sie grad nehmen. Dina, warte, ich... Ich lass was bis sich hin. Okay. Fuck. Ich hab... Ich hab die KN. Oh nein. Niki ist da Diggi? Ähm... Kannst du ein Rift mitnehmen? Rift. Rift. Ich hab die Pumps. Rift. 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 ja raus und mit denen schrift benutzen kommen kommt du kannst du Wieso nicht wollen? Hälter, komm! Komm, Bilo Drift! Bilo Drift! Bilo Drift! Aha! Okay, Nick! Mach ruhig! Mach, mach! Aber ich sag mal, wenn die Luftballons platzen, dann fliegen sie so hoch in die Luft, okay? Kurve, das tut mir nicht. Nick, 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 Nick! Oh, Scheiße! Wieder ganz weit in die Luft. Und wenn nicht, dann bin ich nur Drift, ne? Jetzt lass kurz nichts! Nein! Was machst du? Ich bin tot! Hälf mir! Spencer! Ich hab nicht mal mehr Medikid! Please nicht! Please nicht! Please nicht! Please! Komm, wir müssen probieren! Warte! Sie muss gut! Oh! Bilo! Den musst du holen! Nein! Nein! Ich hab gesehen, wie du keinen Schuss getroffen hast! Doch, ich hab drei getroffen, oder? Doch, ich hab drei getroffen, oder? Der macht Konkurrenz! Der macht Konkurrenz! Der macht einfach Konkurrenz! Vor allem, ich hab Woche vier noch nicht mal mehr was aufgeschlossen! Ich will nicht auf die Happy Hamlet zerstören! Stopp! Warte! See! Ich bin hier nicht dabei Expeditionsaußenposten! Was ist das? Ah, wo die Flugzeuge sind! Mach mal bitte du! Ach ja! Lass aber Pleasant! Weil ich muss da noch Gegner oder LPM! Das kommt drauf an, so viel mehr! Oh, wo denn los? Ich hab keine Angst, was hier zahlt! Ja, das hat gehandelt! Und da sind so viele! Ich muss Gegner bei diesem Expedition! Ich hab keine Angst, was hier zahlt! Ausprüf, klar! Ey, dich! Hier macht es hier einen Zweispieler! Er hat Funke-Spezialisten! Stimmt, man muss ja jetzt rausspielen! Vor allem, wie sie schwitzen, um die dritte Stufe zu freizuscheißen, ne? Dieser Kamu, ne? Der freut sich, weil er so einen Schwanz hat bei dem Luchs! Ich guck, ob hier irgendjemand ist, dann kenn ich ihn bei diesen Expeditionsdingen! DIN Okay, du schon voll Happy Handlet, ne? Ich komm da nachher! Ich hab nen Siegel! Ich hab nen Siegel! Keiner kommt mit! Hallo! Na, wenn Killing bist du! Killing dann ist kurz, ne? Bei mir ist auch einer, ich guck, ob ich ihn kennen kann. Hab ihn! Bruder, das war nicht nett von dir. Bruder, das war nicht nett von dir. Ich hab ihm einfach Beagle-Headshot gegeben. Nick, hier ist noch Boogie-Bombe. Was? Bei mir ist noch eine Boogie-Bombe, ich weiß, wann ich es brauche. Kann es sein, dass es hier nicht mal mehr Flugzeuge gibt? Sind bei dir welche? Wo willst du denn? Ich komme. Ich musste ja den gerade bei Expeditionsding killen. Ich hab ihn einfach mit einer Diegel gekillt. Und er hatte einfach ein Kack-Stimm-Gewehr. Und da sieht man schon mal wieder, wenn man ein Kack-Stimm-Gewehr hat, heißt es nicht, dass man gegen einen Diegelspieler gewinnt. Ah, da ist jetzt noch ein Kack-Stimm-Gewehr. Das hat er weinigert, heißt das? Nee, das ist ja nicht weg, das ist ja nicht weg. Ja ja, das ist ja nicht weg. Ich kann die ganzen Kack-Stimm-Gewehr. Das ist ja nicht weg. wie ich den Riefstomm-Gewehr herstelle. Ich würde nicht, dass er welche aus dem Ort schluss nehmen. Ich werde mich neben dir. Hier können wir im Geizens-Gewehr haben. danke für die pump ist schon lange aber bei mir ich muss nur noch zwei gegner bei happy handeln muss noch ein team also hier müssen noch welche sein die doch mal damit auch nicht aber muss normalen stühle zerstören hat man zerstört aber ich hab nicht hier ist noch einer happy hier war noch einer ich krieg nicht es muss geht man muss gegner schaden mit spitzhacke hinzurichten nicht spaßte ich kenne sie ist hier und muss man auch anfangs ich mache mich 80 st römer ja man gibt es auf schmerz versteckt ich weiß das ist so ziemlich belastend ich weiß weil ich nicht sogar wenn er gibt oder so von mir leckst voll ich bin aber diese ja nicht ich hoffe aber hast du ein auto ist ich bin sogar in diesem kopf Ich baue den Baumarkt. Ich baue den Baumarkt. Nick, ich habe ein Auto. Da sind immer Autos drin. Komm, ran drüber. Auto. Komm drauf, komm drauf. Dieser X-Ding ist ein krasser Spieler sozusagen. Aber ich glaube, dieser X-Ding ist, aber der ist halt diesen 2-Spieler. Ja. Ich habe ja ein Damage bekommen. Ich will halt nicht überzählen, weißt du? Soll ich mal Treff wieder abwenden? Ich muss noch Weihnachtsbund getanzen können. Den Zilte. Den Liefen. Ich geb dir auch einen Arm. Warum denn nicht? Nichts! Danke, du hast schon wiederholt. Da oben sind welche. Da noch ganz oben. Da flutzt nichts! Da flutzt! Da flutzt nichts! Da oben! Da flutzt! Wenn wir da hinwollen, dann müssen wir unser Krippner benutzen. Oh mein Gott, noch eine Falle. Ich wollte dir die klauen. Komm! Zune! Komm rauf, Nick! Du gehst nicht mal auf! Du gehst nicht, du gehst nicht im Boden. Wenn du dir in die Masse gehst... ... dann du gehst nicht. Ich bin der beste Fahrer im Westen... ... mal zwei Käse! Oh stimmt! Bau hoch, bau hoch, bau hoch! Bau hoch, nicht mit Grappler! hallo du musst tanzen habe ich habe ich das ist richtig gut da ist noch ein aber kann ich mache Das kann ich machen. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Man kann nichts machen. Ja. Ich lasse du keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Ich spiel mit alles drauf, ne? Guck mal, die spiel mit alles drauf, was geht, ne? Natürlich kann man nichts machen. Ey Leute, wir spielen jetzt Duo. Auf jeden Fall. Man konnte halt nichts machen, die haben überall gesprayt. Ja, ziemlich war mehr nett. Ey, lass uns 50 Minuten spielen. 50 Minuten. Ja, okay. Oh, ich muss da noch rummachen. Danke. Guck mal, ich muss noch... Lass einfach ganz halt dieses Happy Hamlet das wie zwei Kills machen, dann hab ich hier nicht Pulverschnee. Was ist das? Was ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Das ist das Kacke, ey. Jolly F F F Jolly F F F Fortnite Er Monten nennt mich nicht in seiner Story, obwohl ich seinen Creator hab. Jetzt ist das, was der Creator hat. Okay. Du wolltest doch nur Klicks. Du wolltest doch nur Abonnenten. Leben Gast. Du bist so gut, so gut, und jetzt ist's! Festtags. Oh Leute, was bedeutet? Weltgarten zu Orte in 2... Hi. Ich bin der Kulti der Junge. Ich muss nun da get 64ать haben. Dann hab ich... Ku started Probeschل. Happy Hamlet gegen so viele... Si S 구en... ich muss ein ganzes team zerstören ja ich habe keine was ich hier eben ist was soll jetzt noch eine kackwaffe kommen also schon keine kackwaffe auch geschenkt was kommt raus Ich habe keinen Sniper mehr. Ich habe 43. Ich habe keinen Sniper mehr. Ich habe keinen Sniper mehr. Mischen! Bitte. Nichts. Ein Killt? Der Nussknacker, ihr müsst den Nussknacker finishen. Nick, versuch mich zu hier. Nick, ich komm mit Bouncepad drauf. Ich komm mit Bouncepad nach unten. Nein, 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 Nick. Finish, finish den Nussknacker. Finish bitte den Nussknacker. Soll ich den finishen? Ja, finish den. Ja. Und hier mich, hier mich, Nick. Hier mich. Wenn's geht. Okay, ich hab eh wohl Wachstum. Dick, ich hab zwei Kinder einfach in drei Sekunden zerstört. Ich bin Stufe 47. Kann ich nicht einfach ein gutes Internet haben. Ich find, du hast einen Klick. Bei mir ist ein bisschen gar egal. Video-Lade-Tuch noch's guter Altar. Guck mal ihre Schuhe an. Oh, nein. Oh, ist die Gly-Sie-Sie-Sie-Dass. Jungs mit schon fast 48 bei blauem Auge. Und da, wie heißt das? Blue-Auge, oder? Bull-Auge, äh, Bull-Auge. Ich will Eischen, wenn ich... Ich... Ich glaube, ich krieg noch heute den Typ in Gelb. Ja, habe ich schon. Und ich glaube, ich krieg... Krieg ich... ...so mehr ehrlich... Was, was läuft denn? Aber irgendwann... Krieg ich... ...das mit 100.000 IP. Ja, ich hab... Ich hab... ...61.000 IP. Jetzt. Ich hab gestern nicht... Ich hab sie... ...90.000... Handy, guck mal! Oh, du bist hier ja gar nicht. Eigentlich sieht sie voll geil aus. Rollen's hin. Happy Hamlet musst du ja noch, ne? Oder Playzins. Ja, komm, Playzins dann. Playzins ist ein bisschen ruhiger, oder? Vor allem, die sieht eigentlich voll dick aus, ne? Ja... Ich bin gerade erst gebürt. Ist krass. Als ob du erst jetzt gerade ausgesprungen bist. Nee, ich bin gerade erst gebürt. Nee, ich bin gerade erst gebürt. Nee, kann man aber austanzen. Oh, ich hab' ne Pump. Ich hab' zwei Pumps. Komm, tanzen! Ja... Ja... Ich bin gerade erst aus der Fliege, das geht los. Alter, Leute, ich sterbe und ich dich noch erst gerade. Okay... Ich bin gerade erst los. Ich hab' nichts... Okay... Ich hab' nichts... Nicht eine Sache. ich habe was für dich komm nicht schnell, hier ist der blaue Pant mit Muni komm nicht, ich hoffe du denk an dich ich bin hier, Medik, jetzt, wenn ich mir Niki ist noch ein Medik pass auf, hier kommt gleich noch einer ja, nicht, als kommt jemand geh, 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 ich kann ihn direkt wo zöpfeln Niki Niki Easy Klapp 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 Niki Niki nein das ist nicht ich dachte schon ich habe heute noch gar nicht bearbeitet außer jetzt das erste mal du musst das ja noch machen und dann steck auf abonnieren Habeien? Beide. Vor allem, weil es leckt eigentlich bei mir, ne? Sie müssen sich schon schämen. Lass mich das Flugzeug weg. Ne, komm. Geh, Gegner. Er konnte nicht mehr tanzen. Er konnte nicht mehr tanzen. Er konnte nicht mehr tanzen. Warte, ich lute kurz. Er konnte einfach nicht mehr tanzen. Ich hab das auch noch nicht getanzt. Stopp. Ich hab das auch noch nicht getanzt. Stopp. Ich sag dir, wenn jemand drauf will, dann drück R3, weil er landet direkt und muss dann bald fliegen, weißt du? Da ist die Kiste wach. Leck lang. Ich brauch Schilz. Du auch. Dort unten. Wo? Du willst pushen, oder was? Ja, ja. Ah, ich will eine Sniper. Fuck. Er hat eine Sniper. Ja. Ja. Der Einleiter. Was ist morgen? Ähm, ja. Die Snacks. Ja, Leute. Sechs Kills. Ja, Leute.